So, hey Leute, herzlich willkommen in der fünften Folge jetzt, die wahrscheinlich auch hoffentlich endlich die letzte sein wird, da ich wieder mal keinen Spucker habe, weil ich kein Wasser hier hingestellt habe und ich habe verdammt viel Durst und ja, bla bla bla. Ähm, nein, ja, ähm, wo ist Devin? Wo bist du? Wo bist du? Du hast nicht mal Hallo gesagt. Ähm, ja. Ähm, ja, hallo. Aber da ist der. Wir, wir brauchen, wo bist du? Da. Also, ähm, am besten wir gehen jetzt erstmal auf irgendeinen hohen Punkt, einfach mal damit wir mal so eine Checkliste machen können, was wir jetzt haben und was nicht. Warte, wir haben noch einen, äh, schwarz, ne? Ja, lass uns doch erstmal irgendwo hoch, dann checken wir alles ab. Nein, 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 kann. Ja, lass uns doch erstmal irgendwo hoch, dann checken wir alles ab. So, hier. So, so. Komm, für die, ah! Oh, scheiße. Für die letzte Folge musst du doch aber jetzt ein Thema haben. Ja, für die letzte Folge. Ein Thema jetzt mal so außerhalb. Irgendwie. Also, außerhalb von Dings da. Ah! Was? Was? Ja, komm, erstmal hier hoch. Ähm, hmm, hmm, Assassin's Creed. Nicht von Assassin's Creed, meine ich ja. Außerhalb. Also, also, also. Achso, ich wollte, ähm, ja, nur mal sagen, ähm, die haben das hier richtig geil nachgebaut. Naja, das ist respekt an der Stelle, Alter, das ist richtig geil geworden. Ja. Okay, wollen wir jetzt aber gucken, wo wir jetzt... Schon mal, dass irgend so ein, äh, Assassin's Creed-Fan oder sowas der letzte gemacht hat. Ja, ist ja klar, ich glaube nicht, dass du Assassin's Creed hast, oder? Nee, aber vielleicht... Ich glaube, er hasst Assassin's Creed und macht so eine Metal. Kann doch sein. Ich hasse Assassin's Creed, ich muss das jetzt machen und so. Okay, nein, immer noch schöster Punkt. Ey, wo musst du denn? Ja, ich suche nur... Höhlen, 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 Punkt. Ich weiß nicht, dass wir öfters sowas machen. Und, ja, das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Äh, komm mal hier, jetzt für die Kürbissen, Mann. Welche Kürbisse? Weil, ich muss, ich geh einfach erstmal hoch. Dann schau ich mir das da an. So. 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 Ich will endlich diese Schalter aktivieren. Ja, warte doch mal, wir brauchen jetzt mal die ganze Wolle. Ja, für die Wolle müssen wir die Schalter aktivieren. Nein. Doch, schon. Das glaube ich nicht. Okay, ich bin ganz oben, ich gucke jetzt mal. Lila. Nee, Lila, das ist Pinky, Pink. Okay, ich hab mich wieder vom Mikro entführt. Braun haben wir. Was, Holz? Gelb. Hä, ist das gelb? Nee, das ist, okay. Schwarz, nee, grau haben wir. Grün haben wir. Rot haben wir. Nein, haben wir ganz grün. Helles Grau haben wir nicht. Ja, haben wir ein helles Grün? Violett. Gibt es zwei verschiedene Grün? Nee, helles Grün haben wir auch nicht. Okay, wir brauchen ein helles Grün. Ja, komm. Und helles Grau. Dann komm wir zu helles Grau. Nein, komm zu helles Grün. Ja, okay, dann komm ich zu helles Grün. Nein. Ja, ich bin gleich da. Warte, ich erzähle. So, ich bin da. Ach so, ja, okay. Dann. Aber ich muss ihn dann machen. Hä, was machst du da? Ich war doch schon da. Hallo. Ich wollte den abdecken. Oh, warum hast du das gemacht? Okay. Die ist leider tot. Eine Schweigesekunde für die Toten. Schweigesekunde? Das heißt Minute, du Pfosten. Ja, weil wir jetzt nicht so lange warten wollen. Ich habe das jetzt mal ganz frech gesagt. Okay, was jetzt? Ähm. Wir müssen grün und da soll irgendwas sein. Grün. Kommt, hier auf den Wasserfall. Ah ja, da wolltest du, da wolltest du doch einmal hin. Oder hast du gesagt, nein, bei wenig. Ja, ja, wir wollten erst mal was anderes machen. Bist du da? Komm her. Einfach reingehen. So, ich habe mich wieder... Ey, ey. Egal. Okay, gut. Rein hier. Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. So. Okay, wir sind hier wohl in so einem geheimen Büro oder so. Ein, das ist ein Kuchen. Okay. Nein, nein, halt nicht essen. Was machst du da? Der Junge war schon davor weggegangen. Das ist hier gut vorgegessen. Scheiße. Okay. Ah, schluss. Okay, das ist auf jeden Fall... Das ist so, so geil gemacht, ne? Ja. Ah, toll. Ja. Hast du es geschafft, oder was? Ja, geschafft. Okay. Weiter geht's. So, okay. Dann da lang. Ach. Ist da was? Hm. So, hier lang. Das sind Lianen. So. Nein. Das sind keine Lianen. Das sind Mosstown. Ach, Mosstown ist das ja genau. Alter. Hä? Hä? Ich kann nicht... Warum bugt das so? Ey. Ey, wie ich das hasse, Alter. Wie ich das hasse. Wie... Ich glaube, in der Zeit, wo, ähm... Ja, wo der Erfinder von der Map das gemacht hat, gab es gar keine Lianen. Wirklich? Ja. Ja, weil das ist schon etwas älter, die mehr. Ich glaube, Lianen gibt es schon etwas länger, oder? Nein, die gibt es schon. Wie weiter noch? Autsch. Das war ganz schön weh. Okay, los jetzt. Achso, dann jetzt schon. Schon wieder sowas? Was ist denn was? Ach, du Scheiße. Ach, so. Ja, Alter. Geil. Ah, kennst du dies? Kennst du das in echt? Ja. Ich kenne das hier in echt, was hier gerade ist. Ja? Ja, das war, ähm... Das ist so eine Dings gewesen, so eine... Alter, ja, Mann, das ist voll geil. Ich kenne das, ich kenne das. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Kann ich das jetzt... Okay. Oh. Das ist doch voll schwierig. Das geht doch gar nicht. Fast geschafft, fast. So, komm schon. Ja, geschafft. Ja, wie denn? Ja, dem ich es gemacht habe, ne? Ach, Alter. Ich bin erst mal auf den ersten Block und dann bin ich gleich auf den dritten Block gesprungen. Warte mal, ich habe irgendeinen Schalter jetzt aktiviert. Ach, man muss alle... Ah, genau, genau, genau. Man muss doch in jeder Ecke einen Schalter aktivieren. Ja, ey, das ist so geil. Damit sich in der Mitte was tut. Ja, habe ich schon gemacht. Geh du dann dorthin. Nicht in meine Richtung, geh in die Richtung. Da, ja, genau. Wie? Keine Ahnung, ne? Nein, du musst nicht in die Richtung. Das geht wirklich. Hey, aber hier ist nichts. Ja, dann geh... Da, da. Achso, da, da, ja, okay. So. So. Ey, das ist so geil, ne? So. So, der Schalter ist aktiviert. Da fällt nur noch der, ne? Hä? Toll. Die sind kaputt gegangen. Da kann ich jetzt nichts für. Was denn? Ja, die Schalter... Ich weiß nicht, das ist irgendwie einfach kaputt gegangen. Wie? Naja, egal. Hast du gemacht den Schalter? Ja. Okay, das ist übrigens auch... Ey, so. Warte, warte, wir gehen da zusammen. Mann, ich entferne mich immer vom Mikro. Ich also das. Okay, hier geht's hoch. Epischer Moment, epischer Moment. Epischer Moment. Rühne Wolle. Jetzt brauchen wir nur noch eine einzige Wolle. Und warum habe ich keinen Skin? Und er gibt mir alle Federn. Okay, hier geht's hoch. Ey. Ich muss jetzt weichen, weil das so episch war. Okay, warte. Äh. Hoch hier, hoch hier, hoch hier. Auf jeden Fall sehr geile Map. Wir haben noch... Ah ja, die Map... Diese Folge machen wir ja etwas länger. Das müssen wir auf jeden Fall in dieser Folge zu Ende kriegen. So, was brauchen wir jetzt noch? Hellgrau, ne? Hellgrau, ne? Okay, ich weiß, wo das ist. Wie viele haben wir jetzt? Wie viele wollen? Noch eine einzige fehlt uns noch. Wir haben jetzt acht. Gut. Ja, die ist da. Jo. Also, ich weiß nicht wo, aber ich geh einfach... Ach, ich glaub, da musst du einfach ein Holzteil reinspringen. Ich bin da. Ne Feder. 30 Federn schon. Saugut. 30 Federn. So. So. So, dann geht's da lang. Hallo. Ja. Oh, ne, da. Wir müssen da hoch. Okay. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch zusammen hier. Wir sind bei neun Minuten, aber die Folge ist egal, wie lange wir die machen. Wir spielen das hier zu Ende. So als Special Folge. Final Folge. Sozusagen. Ah, toll. Machst du jetzt extra einmal rum. Und ich bin oben. Hä? Und jetzt? Guck mal. Und jetzt? Hä? Hä, was denn jetzt? Ach so. Okay. Ach so. Ach, das kannst du auch noch bei Assassin's Creed. Ja, genau. Man muss ja einmal... Und die letzte Wolle. Wir haben neun Wollen. Neun Wollen? Warte, wir springen gemeinsam. Eins, zwei und... Ah! Schmissen! Scheiße, Mann. Wir sind tot. Na egal, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Nein, Spaß. Ich will jetzt, ey, nein, lass uns aufheben. Wo sind die? Ach, die sind hier. Scheiße, manche Sachen sind, glaube ich, reingefallen. Oder? Ja. Geh mal die Wolle her. Okay, gut, doch. Nein, ist nichts reingefallen. Außer die Federn. Ja, ich hab die ganze Wolle. Okay, was machen wir jetzt? Wenn wir die... Ach, wir sollten jetzt dahin, ne? Ach, hast du einen, jemand? Ja, den hab ich. Wie viele Federn? Zwei eigentlich noch. Aber lass erst mal zum Spawn noch mal zurück. Okay. Jetzt gemeinsam. Aber wo sind eigentlich die Diamanten? If you have all the rule blocks, go to mine cart. So, you're left there are also three hidden Diamonds on this map. One is on the top of this building. One is in the hidden Cannabis Farm. Hast du deinen Diamanten bekommen? Ich dachte, du hast aufgehoben. Ich mein, bei dir der Cannabis Farm. Ja, ja. Da war's auch drin, ja. Okay, ähm, auf diesem Gebäude war noch ein. Wir müssen die Diamanten auch noch finden. Hier, sagt er was. Meint er hier? Ja, über dem Gebäude, sagt er. Auf the top of this building. Ich glaub, das kann mich gesprengen. Was? Was auch kaputt gemacht. Ja, genau. Aber, hä? Scheiße. Vielleicht, nachdem man's zerstört hat, ist da irgendeine Kiste? Oder so'n Eingang nach Rhein? Wo man rein? Nach Rhein. Das guck mal nach. Ja, ich geh auch mit. Oh, ich hasse diese Stelle, Alter. Nee, hier ist nichts. Was, schon ganz oben? Ja. Gar nichts? Ja, toll. Okay, was ist denn Gollos? Gollos, keine Ahnung. Aber ich glaub, man muss die nicht. Ja, ich glaub, das ist ganz am Ende. Lass' erst mal zu den Minecraft. Okay, warte. Special, wir gehen in die Minecraft. Komm mit. Hallo. Okay. Okay, hier ist ne Kiste. Ich nehm mir mal die Minecraft. Ah, hallo, was machst du denn da? Oh, toll. Das verpiss dich. Ja, du musst doch diesen Knopf drücken. Da. Wuuuuh. Tadaa. 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 Ja, ist okay. Wir sind da. Okay. Place a diamond on Avery pressure plate. Was? Oh. Scheiße. Wir müssen aber ne Diamanten hinpacken. Äh. Scheiße. Hast du die Federn? Geh mal drauf drauf. Geh mal drauf drauf. Hast du die Federn? Geh mal drauf. Du hast die Federn. Ich hab keine Federn. Doch, du hast die Federn. Nein. Ich hab die wieder mitgenommen. Nein, das ist ein 9. Das kann gar nicht sein, aber... Wie schlust du? Mann, geh doch schnell durch! Okay. Ah! Wie hättest du das vorhin geschafft? Ja! Ich pack hier immer da hin und dann nehm ich ihn wieder. Verarscht. Verarscht. Ja, ja, ja. Natur. Ja, ja, ja. Das wollen wir hin. Tja, was? Komm. Nimm. Ja, geh mal weg, da. Ich bin, ich bin da gar nicht. Ah! Komm, komm, ich warte, ich muss doch das Dünche verarschen. Das wohl schwer. So, verarscht. Hallo, ich geh mal weg, da ich seh nichts. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ja, Fenn. Geh durch. Okay, da hast du das letzte, das kannst du dann, äh, auch. Das sind neun Stück, eigentlich stand da doch nur... Neun Diamanten! Eigentlich sollte das nur drei sein, aber egal. Oh, noch eins. Ey. Geh durch. Das war 10, Mann. Ich glaub, die Wolle sollten wir da hinpacken. Hä? Ich glaub, wir sollten die Wolle da hinpacken. Ja, aber da standen die Diamanten. Boah, das... Hey! So, Sand. Ja, wir sollten da Dings hinpacken. Hä, verarscht. Ey, halt. Lass ihn da. Mann, dann nennen wir das ein bisschen Fail oder so. Alter, geil. Was machst du da? Achso. Ah, ey. Das ist unmöglich. Hä? Oha! Hast du das gesehen? Ja, da war ich auch schon mal. Ich hab den jetzt auch schon mal einfach so mal kurz durchgeguckt. Und das hab ich so nach ungefähr 20 Minuten geschafft. Ehrlich, das ist so schwierig, ne? Toll. Und jetzt? Cheaten? Komm her. Hä, das geht nicht! Doch. Nein! Das ist richtig schwierig. Ich muss genau den letzten... Den letzten Millimeter treffen. Das ist unmöglich. Doch. Hast du es schon mal geschafft? Ja, einmal ist es geschafft worden. Das geht nicht. Ja! Alter, ey! Fast! Hast du es geschafft? Fast. So. Wir sind schon bei 60 Minuten. Können wir auch schon eine zweite Folge machen draus. Äh, eine siebte Folge. Naja, wir sind jetzt bei... Ja, genau. Egal. Das soll die letzte Folge sein. Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ja, geschafft! Was? Wie hast du's geschafft? Keine Ahnung. Egal, ich geh einfach weiter. Ja, geh ohne mich weiter. So. So, wir sind jetzt... Das geht gar nicht! Warte, jetzt voll die traurige Stimmung, du Vollpfosten, Junge. Wir müssen jetzt weinen wegen witziges Dingern und sowas. Also. Das ist jetzt... Alter, ey. Bist du immer noch da? Da! Oh, fast! Bist du schlecht. Bist du schlecht. So, ähm... Liebe Zuschauer! Ich hab schon vor irgendwas gesagt. Danke fürs Zuschauen oder so, oder? Glaube ich. Weiß ich nicht. Äh, ja. Glaube ich schon. Bis hierhin hab ich die Map noch nie gespielt. Komm, warte. Ja, geschafft! Hast du's geschafft? Ja, geschafft! Hier, ich bin jetzt ganz oben. Ich bin jetzt in den Gemächern. Hä, was jetzt? Warte mal, wo bist du? Das ist voll episch, Mann. Wo bist du? Hä, da! Ich bin über dir! Guck mich mal. Da! Siehst du mich? Ja, ich hab dich gern gesehen. Wir müssen auf das Gebäude rauf. Ach, das ist wahrscheinlich das Haus von Dings, oder? Von diesem Onkel von ihm. Ah, ja, ja, genau. Ist das das? Ich glaub nicht. Hä, das ist aber... Mit den Architekten, oder sowas, ne? Ja, genau. Da war das Architekt, da konnte man das mal ausbauen. Wo man ihn dann antwortet, irgendwie das hier zu verbessern. Ja, das auszubauen. Man konnte doch so Schmied ausbauen, oder sowas. Boah, das ist geil. Das war so geil. Das weißt du ja irgendwie noch, ne? Ja. Obwohl du das ja nicht so gespielt hast. Ja, weil das... Das war richtig geil, das Spiel, eigentlich. Ja. Du konntest dich so angespielen. Ah, toll. Okay. Also auf jeden Fall sind wir außerhalb der Stadt. Okay, wir könnten jetzt schon eigentlich... Toll, die Folge geht doch nicht zu lang. Alter, geil. Das ist... Ähm, ich seh da rote Wolle. Achso, ne, wir sind außerhalb der Stadt. Okay. Okay, ich bin da. Ich bin ganz oben. Ich bin drin. Warte mal. Noch ne Lore. Nimmst dir einfach ne Lore und dann gehst du... Ah, ich hab das. Und im schönen Sonnenuntergang gehen wir dann auch... Wo warst du heute? Warst du rechts oder links? Map. Das Ende der Map. Ähm, mit Ezio Auditore oder... Ich weiß jetzt nicht, welche... Welches... Wer wird's auch zusammengegangen? Welches Spiels das sein soll. Aber... Auf jeden Fall ne ganz coole Map. Ist schnell... Kann man schnell durchspielen. Ist nicht was so Großes. Ähm, das mit den 3D-Monten war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber auf jeden Fall hat... Auf jeden Fall ist es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch dabei Spaß zuzusehen und sowas. Und der Devin steht da vorne ohne Minecart. Ohne? Äh, bei mir hast du kein Minecart. Ich hab... Und wir gehen jetzt einfach mal durch die ganze Map herum. Ach komm, das dauert mir viel zu lange. Minecart und... Ne, es geht nur bis an eine bestimmte Stelle. So, hier geht's dann auch wieder rein. Jetzt geht's hier durch bunte Wolle. Oh. Warte jetzt, ey. Egal, hier ist... Hier ist der Assassin's Creed Leads. Sei leise. Und wir gehen jetzt, ey. Bei uns ist der Assassin's Creed Leads. Das war's für heute. Und mit diesem Fail bin ich wieder da und es geht weiter. Wir müssen hier also ganz kurz hoch, glaube ich mal. Was da in der Kiste sein soll, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir... Ich will mal eine Enderperle wissen. Hier mit der Enderperle. Hier, gibt es eine. Und hier ist 64 TNT. Okay, dann weiß ich Bescheid und es klingelt immer noch. So, damit sage ich dann auch erstmal, das war es mit... Die Assassin's Creep. Und wir sehen uns dann in der nächsten... In dem nächsten Adventure, in dem nächsten, keine Ahnung, Jump Map oder was auch immer. Auf jeden Fall sehen wir uns bis dahin erstmal. Warte, ich hole dir Wettzone. Ciao, Leute. Warte. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Leute. Geht das nicht. So, ciao, Leute. Ciao. Ciao, Leute. 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 Bis zum nächsten Mal.